Was nach dem Abi machen? Work and Travel, Arbeiten, Ausbildung oder vielleicht doch noch schnell rein in BWL? Gar nicht so einfach bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten die richtige Wahl zu treffen. Und genau das ist laut Dirk Reuter auch ein Problem von vielen jungen Menschen, nämlich dass ihnen die Orientierung fehlt. Und genau da möchte der erfolgreichste Verkaufstrainer Europas Abhilfe schaffen. Und zwar mit seinem Buch, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Hi, mein Name ist David und einige Tipps aus dem Buch schauen wir uns heute an. Und es lohnt sich dran zu bleiben, denn ich zeige euch auch, was Florian Homm seinem 18-jährigen Ich raten würde. Beachtet bitte nur, dass auch wenn das Buch eine Orientierung liefern soll, es nicht die persönlichen Erfahrungen ersetzt, die jeder selbst durchmachen muss. Es muss also im Endeffekt jeder seinen eigenen Weg gehen. Dirk Reuters erster Tipp lautet frühzeitig ausziehen. Warum? Ganz einfach, um erwachsen zu werden und seine Komfortzone zu verlassen. Man muss also selbst die komplette Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen und kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass Mama für einen kocht oder die Wäsche macht. Das bedeutet allerdings auch, sich selbst zu finanzieren. Und das wiederum steigert das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Um mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, kann es auch hilfreich sein, ein Erfolgsjournal zu führen, in das man jeden Tag fünf persönliche Erfolge reinschreibt, wie es ja auch Bodo Schäfer in seinen Büchern empfiehlt. Statt sich jetzt aber in die Opferrolle zu versetzen und zu sagen, ich kann es mir gar nicht leisten auszuziehen, sollte man sich lieber fragen, wie kann ich es mir leisten, daheim auszuziehen. Und auch generell im Leben sollte man nicht die Verantwortung oder die Schuld auf andere Menschen schieben, sondern man sollte anfangen, selbst für sich und sein Leben verantwortlich zu sein. Denn wer will, der findet Wege und wer nicht will, der findet Ausreden. Wichtig ist es auch immer mal wieder seine Komfortzone zu verlassen. Also beispielsweise, indem man sich immer selbst meldet, wenn Freiwillige gesucht werden oder indem man nach der Schule zwei bis drei Jahre ins Ausland geht, wodurch man natürlich auch noch mal neue Kulturen und Sprachen kennenlernen kann. Wenn man nicht so lange ins Ausland will, dann kann es auch sehr sinnvoll sein, mehr zu reisen. Also hier sollte man am besten Orte wählen, die komplett gegensätzlich zu dem sind, was man bereits gewohnt ist. Allerdings sollte man nur den Kontakt zu anderen Touris und auch Pauschalreisen eher meiden und versuchen, Kontakt zu den Einheimischen aufzubauen, um Einblicke in deren Kultur und auch in deren Denkweise zu bekommen. Das sind alles Faktoren, die die Persönlichkeit reifen lassen. Genauso wie der nächste Punkt und zwar Leistungssport. Laut Dirk Reuter ist Sport eine Charakterschule, denn da lernt man wichtige Dinge fürs Leben, wie beispielsweise Selbstorganisation und Disziplin. Am besten geeignet seien laut ihm Einzelsportarten, weil man da komplett alleine für seine Resultate verantwortlich ist. Man kann also die Schuld nicht auf seine Mannschaftskameraden oder den Trainer schieben. Oft wird Dirk Reuter auch gefragt, ob man sein Abi oder sein Studium fertig machen sollte. Das kann er natürlich relativ schlecht für einen entscheiden. Allerdings ist es laut ihm auch sehr wichtig, die Dinge mal bis zum Ende durchzuziehen, auch wenn man vielleicht gerade keine Lust hat. Denn wenn man einmal anfängt aufzugeben, dann ist die Hürde zum Aufgeben beim nächsten Mal viel geringer. Das gilt allerdings natürlich nicht, wenn man bereits am Anfang merkt, dass man sich verlaufen hat. Wichtig ist es hier vom Ende her zu denken. Also sprich sich einfach mal zu fragen, was für eine Person will ich denn eigentlich in 5, in 10 oder auch in 20 Jahren sein? Und daraus leiten sich dann die notwendigen Schritte ab. Also will man beispielsweise Karriere in einem Großunternehmen machen, dann wird man ziemlich wahrscheinlich nicht ums Abi oder auch ums Studium herumkommen. Will man allerdings selbst Unternehmer werden, dann ist es nicht wirklich wichtig, ob man studiert hat oder irgendwelche Zertifikate vorzuweisen hat. Wichtig ist es auch sein Warum zu klären, denn ansonsten hat man irgendwann mal mit der Motivation zu kämpfen. Wenn man nebenbei Geld verdienen möchte, dann hat Dirk Reuter folgende Tipps, und zwar Network, Affiliate und Online-Marketing. Generell ist es auch sehr sinnvoll, in jungen Jahren verkaufen zu lernen, denn das ist eine Fähigkeit, die man mal immer wieder braucht. Also sei es jetzt bei der Partnerwahl, bei der Bewerbung oder auch im eigenen Unternehmen. Aber es kann auch sehr sinnvoll sein, mal Jobs zu machen, die einem keinen Spaß machen, um einfach Geld und den Wert der Arbeit mehr schätzen zu lernen. Gerade wenn man noch relativ jung ist, sollte man laut Dirk Reuter seinem Herzen folgen und seine Träume nicht verschieben. Denn die Fallhöhe ist ja noch relativ gering und ein Studium kann man ja immer noch anfangen, falls man jetzt sein Glück in Australien nicht findet. Um sich besser kennenzulernen, sollte man sich drei Fragen stellen. Und zwar erstens, wer bin ich? Zweitens, was macht mir Spaß? Und drittens, was kann ich eigentlich richtig gut? Bei der Berufswahl sollte man nur auf Menschen hören, die auch wissen, wovon sie reden. Denn viele Menschen haben gar keine Ahnung und versuchen es einem nur auszureden, weil sie es vielleicht selbst nicht erreicht haben und deshalb nach Ausreden suchen, um ihre eigene Situation zu rechtfertigen. Da nicht jeder für die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum geschaffen ist, wird es für viele wahrscheinlich sinnvoller sein, im Angestelltenverhältnis zu bleiben. Allerdings sollte man da nun darauf achten, nicht Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern schauen, dass man nach seiner Leistung bezahlt wird, also beispielsweise durch Provision. Und da sollte das theoretische Einkommen möglichst ungedeckelt sein. Außerdem rät Dirk Reuter davon ab, normale Bewerbungen zu schreiben, weil laut ihm nur 10% der freien Stellen auch tatsächlich ausgeschrieben werden. Stattdessen sollte man sich lieber holen, was man haben will, indem man beispielsweise Initiativ anruft, um ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren. Man sollte also andere Wege als die Masse finden. Um seinen Traumjob zu finden, sollte man mehr über seine Stärken und Neigungen herausfinden. Außerdem ist es wichtig, dass es dafür überhaupt einen Bedarf gibt, also auch in der Zukunft, und man sollte damit auch Geld verdienen können. Auch als Angestellter kann man reich werden. Allerdings hat man als Unternehmer die besten Chancen. Im Gegensatz zum Selbstständigen arbeitet man da allerdings nicht selbst und ständig, sondern man hat Mitarbeiter und ist selbst nicht mehr wirklich operativ tätig. Das Unternehmen wirft also auch Geld ab, wenn man jetzt mal nicht arbeitet. Die richtige Reihenfolge lautet Sein, Tun und Haben. Man muss also zuerst im Kopf jemand sein, indem man seine Ziele visualisiert. Man ist im Kopf also bereits Millionär. Und dann muss man die richtigen Dinge tun, um sie dann zu haben. Dazu kann man sich mit der Zeit verschiedene Einkommensquellen aufbauen. Also so hat man dann beispielsweise neben dem Hauptjob noch eine vermietete Immobilie oder ein Aktiendepot, das Rendite abwirft. Oft sind wir aber auch einfach viel zu ungeduldig und wollen alles sofort haben. Deshalb kann es sinnvoll sein, am Anfang seiner Karriere erst einmal im Angestelltenverhältnis zu starten, um dort wichtige Fähigkeiten zu lernen und auch seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dazu kann man dann auch noch Bücher lesen und Seminare besuchen. Aber auch das Umfeld spielt eine wichtige Rolle. Wenn man sich die ganze Zeit nur mit Menschen umgibt, die Party machen, rauchen und Alkohol trinken, dann wird es relativ schwierig, erfolgreich zu werden, weil man unbewusst oder bewusst die Verhaltensweisen der anderen Menschen annimmt. Deshalb sollte man sich das richtige Umfeld schaffen. Also beispielsweise kann es sinnvoll sein, sich jemanden zu suchen, der das, was man selbst erreichen möchte, bereits erreicht hat. Neben unserem Umfeld prägt auch die Gesellschaft unsere Glaubenssätze, also beispielsweise durch die Schule oder auch durch Filme. Und diese Glaubenssätze begleiten uns dann unbewusst unser gesamtes Leben, also beispielsweise so etwas wie Geld macht nicht glücklich. Hier ist es wichtig, sich seinen Glaubenssätzen bewusst zu werden und diese dann gegebenenfalls zu ändern. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass man sich daheim vorm PC verstecken sollte. Stattdessen sollte man rausgehen, Leute kennenlernen, neue Erfahrungen machen und sich ein Netzwerk aufbauen. Dazu sagt Konfuzius Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das bringt uns auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich Mentoren und Vorbilder, denn die geben einem Inspiration und Orientierung. Hier kann man sich auch Personen aussuchen, die bereits verstorben sind oder die gar nicht existieren, also beispielsweise eine Kunstfigur. Gerade in Deutschland ist Scheitern gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert und so kommen dann auch Gründer, die bereits gescheitert sind, eher schwieriger an Geld für ein neues Projekt. Genau umgekehrt sieht es allerdings in den USA aus, denn da bekommen eher Gründer Geld, die bereits mehrfach gescheitert sind, denn durch ihre Misserfolge können sie bereits mehr Erfahrung vorweisen. Das Gegenteil von Erfolg ist laut Dirk Reuter auch gar nicht Misserfolg, sondern gar nichts zu tun. Denn Misserfolg gehört zum Erfolg dazu. Deshalb sollte man keine Angst vor Fehlern haben, seine Ziele hoch stecken und groß denken, denn die Grenzen existieren nur in unserem Kopf. Um seine Grenzen zu sprengen, ist es auch wichtig, seine Ziele aufzuschreiben und zu visualisieren, also beispielsweise in einem Vision Board. Dabei erstellt man eine Collage mit Bildern, um jeden Tag vor Augen zu haben, was man denn eigentlich erreichen möchte. Denn unser Gehirn verarbeitet nur Bilder. Und wenn man seine Ziele visualisiert hat, dann fängt das Unterbewusstsein an, nach Wegen zu suchen, diese Träume auch Realität werden zu lassen. Dabei darf man allerdings niemals den Fokus verlieren und sollte diszipliniert an seiner Vision arbeiten und auch nicht frühzeitig aufgeben. Denn wenn man etwas nicht zu Ende bringt, dann ist es so, als hätte man erst gar nicht angefangen. So Dirk Reuter. Dazu ist es manchmal notwendig, sich von einigen Dingen zu trennen, die einen zurückhalten. Dirk Reuter nennt das Schneiden und Wachsen. Man nabelt sich also beispielsweise von daheim oder auch von einem negativen Umfeld ab, um wachsen zu können. Auch kann es sehr sinnvoll sein, mal seinen Medienkonsum zu hinterfragen und sich auch hier von bestimmten negativen Einflüssen zu trennen. Beispielsweise empfiehlt Dirk Reuter, nicht alles zu glauben, was einem von den Medien oder auch auf Social Media vermittelt wird. Stattdessen sollte man immer hinterfragen, wer denn eigentlich davon profitiert. Und auch generell kann es sehr sinnvoll sein, weniger zu konsumieren und stattdessen mehr zu handeln. Weniger konsumieren gilt auch für den nächsten Punkt, nämlich, dass man keine Konsumschulden machen sollte. Denn die sorgen dafür, dass man weniger frei in seinen Entscheidungen wird. So will man dann beispielsweise eigentlich seinen Job kündigen, weil man unglücklich ist. Das geht aber nicht, weil man auch das Auto, den Fernseher und die Waschmaschine abbezahlen muss. In Dirk Reuters Buch sind neben seinen Tipps auch noch kurze Beiträge von anderen Persönlichkeiten enthalten. Einer davon ist Florian Homm. Was würde er eigentlich seinem 18-jährigen Ich raten? Für Florian Homm geht alles um Glückseligkeit. Also er verweist hier auf sein Drei-Kreise-Video, das auf Erfolg, Emotion und Seele basiert. Um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, sollte man laut Florian Homm mehr über Positive Psychology und das PERMA-Modell vom amerikanischen Psychologen Martin Seligmann lernen. PERMA steht dabei für Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Außerdem sollte man laut Florian Homm die Finger von Drogen lassen und wenn man etwas macht, dann sollte man es richtig machen. Laut ihm leben wir in einer Zeit, in der man durch Fokussierung und Wissen seinen Weg gehen wird. Kommen wir jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also schade finde ich, dass sich das Buch teilweise ziemlich wiederholt. Denn am Anfang hat man ein Transkript von Dirk Reuters YouTube-Video, das er zu diesem Thema bereits produziert hat. Und die einzelnen Punkte werden dann später nochmal aufgegriffen und genauer erläutert. Das sorgt allerdings dafür, dass der Inhalt teilweise ziemlich redundant ist. Die Frage ist aber natürlich, schafft es Dirk Reuter mit seinem Buch Orientierung für junge Menschen zu geben? Und da würde ich ganz klar Ja sagen. Denn für die meisten der Zielgruppe dürfte das Thema Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich noch ziemlich unbekannt sein und damit könnte das Buch tatsächlich für junge Menschen ein ziemlich guter Leitfaden sein. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.